so hallo meine lieben freunde willkommen wieder zurück bei gg und hakan live und was für live bruder ja das wird wieder ein chaotisches spiel hier so der hakan ist hier wieder richtig am fizzle oder was machen die da er bricht einfach beine ist das für ein spiel oder ich glaube ich habe noch nie mit lazio gespielt ich wusste noch nicht mal dass die gibt hier die heißen lightium oder so was das für ein name hallo weil pro evolution soccer die dings hat ne recht hart weiß ich nicht haben die das bei fifa auch nicht ach du scheiße ja die haben das bei fifa auch nicht ich habe überlegt ob ich zwetti mache aber ist ja unfair weiß so tschüss Oh mein Gott, er verbreitet. Parada, Alter. Padaben Katze, Digga. Auf den Kopfballer. Das ist eine Mannschaft, Bruder. Juventus ist momentan in der Liga nicht sehr gut, oder? Bruder, 0. Sag dir. Sergeini, Linkovic, Savic. Da hat er nur noch den Vorhinter vorbeginn. Ah, Chapsnie. Gute Balle, Oberhorn, was machen Sie draus? Klasse durchgesetzt. Hallo. Wichtige Aktion. Gleiches. Oh, nein. Oh, nein. Tschüss Wer ist das? Wer ist das? Käser Digga Digga By God I swear Oh my God Das war die Eins Oh my God Digga am liebsten würde ich jetzt einfach diesen Controller gegenwanderung Bruder hör auf Schade um die 60 Euro Bruder scheiß drauf hauptsache Klicks Bruder das sieht doch keiner Wie das sieht keiner Wer sieht dich denn? Bruder die hören das Die hören das glaubt mir Allein dass sie es hören denken die oh der arme 60 Euro pleite jetzt Bruder wie die spielen Das ist Prime Prime Das ist legend Bruder was ist das Ach du scheiße Ja davor hustest du Bruder Ach du scheiße Ach du Kacke ey Pfff Wo läuft die? Romagui und Noguli Lanoli Lanoli Luis Alberto Du Bruder Burda Und And Ir Ich Warte Das ist meiner. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, Allah. Ja, ja, das ist extra gemacht, wie du gesagt hast. Das ist richtig, das ist richtig, ja, ja. Das kann nicht wahr sein. Gehen wir schön Linie lang, machen wir jetzt, ach. Komm. Jawohl. Zack, einmal angetäuscht, zack und drin ist das Ding Immobilie. Immobilie. Ja, ja, Digga, hier gibt die Macke mit dem Spiel, Digga. Bruder, mach nicht diese jetzt, komm. Ist doch nichts passiert. Lack, was machen die? Die kriegen uns mal einen Ball, Bruder. Und das ist 4-0. Das war mein Luis Alberto, mein Bratan. Digga, ich... Ich kann die Aufnahme noch abbrechen, bevor es ehrenlos wird. Oder meinst du, wirst du aufholen? Digga, mach dich nicht unbeliebt, bitte. Ja, Bruder. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Bruder. Ist doch sowieso jetzt. Mach den Anschluss, zack, fertig, siehst du? Ja, er holt Moiskin. Ja, Bruder, was für Moiskin, nein, das ist Nebensack, hörst du. Halte, halte, komm. Ich drehe jetzt das Spiel, Bruder. Mit Ansage. Jetzt bin ich gespannt, Hade. Paul Pogba, wie viele Leute hast du ausgewechselt? Er spielt einfach mit komplett anderen Dings. Andere B-Elf spielt er jetzt. Auf, Bruder, fast. Fast, fast. Kommt, das fünfte Tor kommt. Abseits, Bratan. Leider. Leider, Leider, Leider. Mit Pogba willst du hier irgendwas reißen, ne? So schnell geht das. Hade Lahn. Oh, Bruder, da hab ich dich schlafen gelegt. Oh, Bruder, da hab ich dich schlafen gelegt jetzt. Ach, komm, Bruder. Da hab ich dich fast schlafen gelegt. Gib mir den Ball an. Du hast Taktik drinnen, du Fotze, ne? Nein, Bruder. Aber kein Scheiß. Wie denn? Wie hab ich denn Taktik drinnen? Wie soll ich denn so schnell Taktik machen, oder? Ja. Hallo, Miau. Hallo, Miau. Jetzt muss ich mal auswechseln hier. Oh, Bruder. Ich hab die Erechte flügel. Oh, Bruder. Komm, komm mal, du kommst rein. Zack hier. Nee, Zack. Nee, Zack. Zack. Zack, Zack, Banner Back. Oh, Bruder, Petro. Petro ist ja richtig schlecht. Hat er dann? Ja, mach jetzt Taktik. Bruder, ich hab gewartet, dass du fertig bist. Ich hab richtig geschissen, Bruder. Du bist widerlich, Digga. Dann, wie geht das, dass deine Abwehr jetzt so gut ist? Die war doch schlecht. Ja, Bruder, das war gar nichts, Digga. Giuseppe, ja. Ohlala. Ach du Scheiße. Der Ball gewinnt und Grund ist dieses frühe Störung. Olum. Wir wollen nur noch ein paar Tore schießen hier So wird das aber nichts Abseits Foul Digga, anstatt dir einfach weiter laufen lässt Yo Digga von dahinten also von was träumst du Das hast du nicht gemacht Digga, das hast du nicht gemacht Was war das denn? Ich habe runter gespielt Ullum Bruder das war kein Smetti Ullum was geht hier ab? Digga die bewegen sich einfach nicht Die bewegen sich einfach nicht Digga Mach doch weiter laden Oder wäre das Paris, wäre das 10-0 Okay Okay Okay